Der Majowski darf kochen beim Promi-Dinner, zusammen mit der Meat, beziehungsweise die ist dann Gast bei ihm unter Hanni und Gina, Lisa und der Florian. Und sein Menü wird so aussehen, eine Vorspeise wird bestehen aus ligurischer Brotsalat mit Gambas, klingt schon mal nicht schlecht, Gambas finde ich zwar kacke, aber ligurischer Brotsalat, allein das Wort Brotsalat, finde ich, klingt sehr interessant, Hauptspeise wird Seeteufel auf Safran-Risotto sein, das klingt dann wieder langweilig, wenn er einen Seeteufel auf den Reis draufgeschmissen, Safran schmeckt nach nix, ist bloß unnötig teuer, klingt für mich langweilig. Und Nachspeise ist dann Tiramisu auf Tankabohnenzabayone, so, schweres Wort. Tankabohnenzabayone. Keine Ahnung, was das ist, aber das, finde ich, klingt interessant, wobei ist ja die Frage, wie das wirklich gut zusammenpasst, ist das denn auch Tankabohnen, ist das auch was Fischartiges oder Meerartiges oder so, man weiß es nicht, ich weiß es jedenfalls nicht, aber ist schon mal besser als das Meat-Menü, interessanter, wobei mich eigentlich eher hauptsächlich diese Brotsalatsache irgendwie doch schon ein bisschen heiß macht. Zum Slackensabächtige Untertitelung des ZDF, 2020